Wir haben drei Inspirationen für diese Saison, die sich ja auch natürlich wieder alle um die Stadt reden. Wir haben Morning Glory, Daytripper und Dark Matter und das sind so die drei Themen, wie man sich durch die Stadt bewegt. Von morgens zu Hause über hazy und einfach ein bisschen so aufwachen in der Stadt und vielleicht zur Arbeit gehen, deine eigene Musik hören. Tagsüber bist du dann halt ein bisschen mehr so am Tag unterwegs und total ready for the city. Und dann abends ist es halt mehr sexy und unterwegs sein in Clubs und die Farben dementsprechend sich dann auch dazu anpassen. Das Dark Matter Theme ist total stark, weil da sind superschöne Grafiken dabei, die richtig impactful sind, auch mit den Farben. Und richtig klar, wenn du hier drauf guckst, ich glaube, das sagt eigentlich alles. Die Femininität mit dem Gesicht und die Pixel, die vom Neonlicht durchkommen, aber kombiniert mit dem richtigen sommerlichen, leichten Jacke drüber. Ich glaube, die Inspiration ist mehr, was ich dir schon erzählt habe. Es kommt von uns, alles zusammen aus den Themen. Superschöne Farbthemen, das ist halt unser Morning Glory Thema, richtig soft und hazy Farben, Colors. Aber dann wiederum wird es auch in einer anderen Farbstory gezeigt, das gleiche Teil und es sieht total anders aus. Und das macht auch Bench aus, dass man so viel damit machen kann. Total key ist auch der Smokey Line Print, auch aus dem Dark Matter Thema, geprintet auf Trikot. Vom Style eigentlich ziemlich jungenhaft, aber die Grafik ist einfach total impactful. Aber alles kommt irgendwie der linkes Start im Musik total, mit immer wieder einem neuen Twist. Magnet songs…